Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Dragon Age Inquisition. Ja, wir sind hier gerade aktuell in den Hinterlanden unterwegs, haben jetzt hier noch nicht wirklich viel erforscht, aber so ein paar Quests haben wir ja schon gefunden und ich bin gerade auf dem Weg zur nächsten Quest. Ich muss ganz kurz schauen, wo es hier hingeht. Risse in den Randgebieten. Oh, hier oben ist ein Riss, cool. Den können wir uns natürlich dann gleich holen, aber erstmal gehe ich hier zu dem Ding hier drüben, zu dem Ausrufezeichen. Mal gucken, was wir da so finden. Das klingelt, man, ich sehe die scheiß Dinger mal nicht. Hm. Ja, das finde ich ein bisschen blöd gemacht, also es müsste irgendwie ein bisschen deutlicher zu sehen sein. Ähm, was haben wir denn hier Schönes? Ich habe erstmal Elfenwurzeln, die kann man natürlich gleich mitnehmen. Oh, was war das denn? Königliche Elfenwurzeln, also irgendwie ein spezielles Ding. Ähm, ich hatte irgendwann auch schon mal vom Nichts gezeichnetes Eisenerz gefunden, also es scheint also hier so rare Loot zu geben bei den Sachen. Eine Kiste. Da ist noch ein bisschen Loot drin, ne? Und hier haben wir noch einen Zettel an der Wand, beziehungsweise am Pfosten. Brief in einem leeren Haus. Brütes, ich weiß, du bist mit den anderen Magiern entkommen und ich weiß, dass du hierher kommen wirst. Vater hat dir gesagt, dass er dich bei einem Fehltritt deinerseits selbst zur Strecke bringen wird. Wenn du herkommst, weißt du, dass er tot ist. Aber ich bin es nicht. Ich werde Abtrünnige töten und beim Haus vom alten Pfennig im Norden auf dich warten. Ich habe Vaters Schwert und meine wahren Brüder sind bei den Templern. Komm, wenn du manns genug bist. Ivan. Es könnte sich lohnen, dem nachzugehen. Auf jeden Fall, da hat Solace recht. Das werden wir natürlich tun. Ähm, ich sehe gerade oben die Charaktere, also Warwick, Kassandra und Solace. So, da ist können aufsteigen. Das habe ich mir noch gar nicht angeschaut, beim letzten Mal. So, Kassandra. Na, wir nehmen erstmal Warwick. Was haben wir denn hier? Bogen, Doppeldeutsche und Sabotage. Und Täuschung. Okay. Ähm. Wie komme ich denn hier? Okay, hier komme ich weiter. Na, Doppeldeutsche kann ich, glaube ich, schon mal vergessen. Ähm. Was haben wir denn hier Schönes? Okay, ist schon mal sehr gut. Hier eine passive Fähigkeit, wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Du hast gelernt, bislang noch unverletzte Gegner für ihre Selbstsicherheit bluten zu lassen. Du fügst Gegnern, die nur leicht verletzt sind, höheren Schaden zu. Oh, das ist schon mal gar nicht schlecht. Also direkt beim ersten Angriff einfach mehr Schaden verursachen. Tod von oben. Du verursacht mehr Schaden, wenn du von einer erhöhten Position ausschießt. Okay, das ist jetzt vielleicht auch nicht so verkehrt, aber ich nehme erstmal das. So, was habe ich denn hier? Explosiver Schuss. Du gibst einen wuchtigen Schuss auf einen Gegner ab. Trifft dein Pfeil sein Ziel, explodiert er und fügt Gegnern in dessen Nähe Schaden zu. Wirkungsradius 4 Meter ist jetzt nicht so viel, muss ich ganz ehrlich sagen. Was haben wir denn hier noch? Erhöhte Position ist natürlich nicht so verkehrt. So, das steigern wir erstmal. Was haben wir denn hier noch? Fallen. Oh, was haben wir hier? Schmerzen der anderen. Der größte Fehler, den deine Gegner begehen können, ist, ihren Schmerz zu zeigen. Wann immer du einen kritischen Treffer erzählst, regeneriert sich deine Ausdauer. Oh, das ist gar nicht so schlecht. Leicht zu übersehen. Was haben wir hier? Entrinnen. Ja, ich glaube, ich nehme erstmal mehr Schaden. Das kann ja nicht schaden. Ah, welch Wortswitz wieder mal. So, was haben wir denn hier? Explosiver Schuss. Ja, das können wir nehmen. Was haben wir hier? Nadelkissen. Oh, gar nicht so verkehrt. Ja, ich werde auf alle Fälle zusehen, dass Warwick Fernkämpfer bleibt. In erster Linie. Ah, komm, wir nehmen einfach mal Explosiver Schuss. Hm, alles nicht so einfach. Ah, komm, wir machen das einfach mal so. Und dann haben wir jetzt so nice. Beziehungsweise nehmen wir erstmal Obwohl, können wir jetzt erstmal so nice nehmen. Ups. Was haben wir denn hier schönes? Der könnte mal, ich bin immer noch nicht sicher, was er mal lernen soll. Ich glaube, ich mache aus dem mit dem Feuermagier. Beziehungsweise, was hat er denn überhaupt? Er hat Frost, wenn ich das richtig sehe. Eisige Umarmung und Barriere. Na, dann können wir aus ihm. Na, das ist alles nicht so geil, muss ich ganz ehrlich sagen. Der hat jetzt hier vorne ein bisschen was. Erstmal kriegt er das. Weniger Akku ist immer gut. Ne, hat auch richtig funktioniert. Gut. Ähm, ich dachte schon, hat nicht funktioniert. So, jetzt haben wir hier noch Eisekumarmung. Wir können erstmal, das hat er ja schon. Dann nehmen wir erstmal das mit. Und vielleicht Malerwurge. Wo ist er denn hier? Noch unten ein schönes Eiswall und Eismine. Da kann er mal gut noch... Ich weiß ja nicht, wie viele Punkte man jetzt insgesamt bekommt. Aber ich würde schon sagen, dass er vielleicht noch irgendwie so ein Feuerzauber bekommt. Blitzfeuer oder Flammenopfer. Na, komm, wir nehmen mal das hier. Das sieht bestimmt cool aus, wenn wir das verwenden. So, also wir können es ja noch irgendwann mal wieder zurücksetzen. Jetzt haben wir hier noch Kassandra. Wir haben jetzt hier oben Zweihandwaffe, Schlachtenmeister oder Vorreiter. Und Waffe und Schilder. Ich würde mal sagen, Kassandra wird eher so in Tankrichtung gehen. Was hat sie denn jetzt alles? Das hat sie schon. Beim Einsatz von Schildwall wird deiner Bewegungskündigkeit weniger stark verringert. Du schützt außerdem nahe Verbündete, indem du ihn zur Seerüstung verleihst. Okay, dann nehmen wir erst mal das. Was haben wir denn noch Schönes? Das ist eine Zweihandwaffe ist nicht so geil. Schlachtenmeister. Können wir da noch Schönes machen. Oh, hier können wir links ein Ziel ranziehen. Das nehmen wir nach Gladmar. Ja, wahrscheinlich total kurze geskillt. Aber so ist es halt. Ja, jetzt haben wir natürlich eine ganze Menge Zeit verplempert mit dem Skillen. Aber das muss ja auch mal sein. Wir müssen natürlich erst mal schauen. Moment, Questkarte. Ja, wir gehen jetzt direkt mal hier hoch Richtung Riss und schauen mal, ob wir da die Gegner direkt gleich kaputt bekommen. Sollte ja im Bereich des Möglichen sein. Also ich denke mal nicht, dass es hier so schwer ist. Wobei ich jetzt natürlich nicht weiß, wie das Level von dem Gebiet hier aussieht. Aber ich denke mal, dass wir ihn auch gleich rausfinden. Klingeling. Und ich sehe es immer nicht. Verdammt. Na Gottchen. Was ist denn hier alles los? Huch. Moment. Was ist hier los? Wo kommt man da hin? So, Moment. Cassandra, du kannst einmal bitte hier Hähnchen angreifen. Hähnchen angreifen. Du kannst einmal haben wir denn noch hier. Ah, hier drüben Sauna, Anna. Alles klar, du kannst mal ihn umlegen. Und du hier drüben. Gott. Oh. Auf die nächste Welle vorbereiten. Ja, das tue ich doch gerade mal. So, Kavendra, einmal bitte ich herkommen. Und... Kavendra, einmal bitte ich. sehr schön gab natürlich auch nicht erfahrungspunkte macht plus eins nehme ich natürlich gerne mal mit man das klingeln dass ich sie die dinge aber nicht das ist echt nervig da ist irgendwas was zum guten von einem gegner dein erste wurzel die können uns gleich holen erstmal gehen wir hier in das gebäude rein mal gucken ob jungs zu holen ist ich glaube ehrlich gesagt nicht sie verdienen den tod ihr sagt die templer hätten euren mann angegriffen so ist es er grub gerade einen baumstumpf aus diese narren konnten eine schaufel nicht von einem magierstab unterscheiden aber sie mussten angeblich sicher gehen überall wären rebellen die sie aus dem hinterhalt angriffen diese kranken bastarde sie haben ihm auch den ring den ich ihm an unserem hochzeitstag gegeben hatte nur für den fall dass er magisch wäre lebt wohl man bekommt also automatisch gleich die quest das ist sehr schön noch mal hinten noch schönes da ist okay also hier ist tatsächlich dann die quest mit dem ring aber man ist also wirklich ziemlich unübersichtlich muss ganz ehrlich sagen dass die karte noch ein bisschen suboptimal ist man erkennt er nicht so wirklich wo laufwege sind also wo man ankommt und wo ist oder ich bin einfach so durch das rost zu finden keine ahnung ist natürlich auch im bereich des möglichen ja dann ich weiß nicht also richtig hoch wir gehen einfach mal hoch hier das kann ja nicht schaden wahrscheinlich warten dann oben direkt die stärksten monster überhaupt aber ja mal direkt gegner voraus ich gerade wo sind die denn so ach hier ist das ja mal hier ist alles klar dann war ich hier drauf bitte und einmal hier rein ich bin ich das hause mir noch jemand ernsthaft ich bin der einzige wir wollen sie man ja die tür öffnen kann ich vermute mal so gut werden wir jetzt alle möglichkeiten dabei vielleicht übernehmen ja manchmal bitte oh mein gott ist so doof geh da mal raus da also baupäne findet man hier offensichtlich schon mal genug also wenn da schönes gefunden kristallsegen ist wahrscheinlich wieder irgendwas zum aufrüsten oder sowas da vorne so ein bisschen proviant oder irgendwas auf dem boden mal gucken ob da was rumliegt hier gibt es leider nichts zu holen schade liegt erst mal spontan die kiste rum es lohnt sich also wirklich dass man hier einfach mal die irgendein bisschen erforscht also auch ein bisschen abseits der hauptwege hier liegt auch eine kiste schockener stab schade dass das nicht auf der karte angezeigt wird das ist ein bisschen merkwürdig also es hieß ja eigentlich wird auf der karte angezeigt wahrscheinlich nur durch bei speziellen stellen so was haben wir denn hier noch in der gegend ok ja wahrscheinlich den ich hoffe das geht nicht noch so weit runter dann ist echt riesig das gebiet dass wir hier noch kontrolle über die hinterlande richtelager also alles klar ja ich würde sagen das gehen da gehen wir jetzt einfach mal die richtung ja da stehen wir nun elf und machen wieder mal die sauerei der menschen weg was täte die inquisition nur ohne euer ausgleichendes wesen meister tethras ich schätze sie würden dörfern niederbrennen das tun die meisten menschen die ich kenne sind die herren dann fertig weckt euch nicht auf wir sind schließlich hier um euch einfältigen menschen ein wenig zu helfen bevor wir entschuldigt bitte habt ihr vielleicht noch eine andere späherin der inquisition gesehen eine elfin namens ritz ihr sagtet eure freundin habe sich nicht zurückgemeldet sie sollte sich einige abtrünnige näher ansehen ich würde ja nach ihr suchen aber ich bin im dienst wir unterhalten uns später ok haben also den nächsten auftrag gehalten und in diese richtung wird uns der weg beim nächsten mal führen allerdings steht vorher mal eine kleine rast an die gefährden müssen nicht ein bisschen ausruhen ja ich bedanke mich fürs zuschauen für likes für kommentare und einfach beim nächsten mal wieder einschalten wenn es wieder ist let's play dragon age inquisition bis dann einen schönen tag und wir sehen uns